Was mich hier immer fasziniert, sind die Delays, die man hier so hört. Wenn man eine bessere, wenn man einen scratcht, dann geht das. Und das ist toll. Also bombastisch. Also könnte ich als Delay-Maschine empfehlen, diese Örtlichkeit. Und ich glaube, es kam munter. Also so correct. Man sagt ja immer, die Wiener Sons so depressiv, aber das kann ich heute gar nicht finden. Hast du gerade etwas Neues auf Vinyl oder so? Ich habe eine neue Single raus mit meinem großen DJ-Vorbild Afrika Bambaata aus New York. Afrika Bambaata, der Godfather of Hip-Hop, Inspirator of International DJ. Wir haben einen Song zusammen gemacht über Afrika Bambaataa, the city of Shambhala. Es handelt um eine Stadt im Inneren der Erde, wo wir jetzt so durch Tunnel im Nord- und Südpol hinkommen können. Und da fliegen auch durch diese Tunnel im Nord- und Südpol UFOs rein und treffen sich in der City of Shambhala. Und ja, das ist alles im Mittleren der Erde, da gibt es eine dunkle Sonne. Also vergiss alles, was du in Erdkunde gelernt hast mit Magma und bla bla bla. Im Grunde weiß ja jeder, das kennt jeder, das wahre Leben spielt sich ja im Inneren ab. Das kennt jeder von sich selber, im Äußeren, da ist Haut und bla. Aber das wahre menschliche Leben ist das Innere. Und ja, ne? Und ähnlich ist es einfach auch mit einem Planeten. Außen ist die Schale, da kriechen ja irgendwelche Leute rum. Aber das wahre Ding geht innen ab, in der City of Shambhala. Und davon handelt die neue Single IFO, City of Shambhala. Check it out. Yes, 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 we keep kicking our bass. You are not this unbelievable feeling. Let the music take you. Let the music take you. Let the music take you. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020